tschüss ihr Lappen ach du bist los gefahren stimmst ja sie wollen es uns nicht leicht machen was die Hölle da Mist sich weggeportet bevor er runterfallen konnte ich hasse ihn schießt nicht auf uns ich glaube die haben keine Lust mehr linke Seite ein theoretisch müsste irgendwo Scharfschützen auftauchen ich sehe nur Hunde noch ein Druck der die Transportkontrollen überbrücken will fahren sie die Kiste wieder hoch wir sind fast beim Trägerwellengenerator verdammt diese drecks Drohne hat der Sinn noch die Drohne nicht mehr ich sehe eine Drohne aber dann müssen sie öffnen hier unten ist sie wieder ja weg ja wir haben beide rauf geschossen geil ok oben sind noch mehrere Drohnen ich wollte tatsächlich von Hunde Scharfschütze hier wow ich will die andere Waffe hier wow ich wurde äh ja erfeuert Annah hier und dann hier ist gerade die Stelle nein mir geht die Munition aus geil Wie möchte ich? Hey! Why do you think I'm driving? Ich bin beim HD Wir jagen Drohnen Das bleibt jetzt aber ich hab keine Ja Wow Ich hab schon hier keine Munition Oh danke Du auch keine Munition? Irgendwie gibt's hier auch keine Munition Nein, nein Ah hier, hier ist Munition Ist recht sparsam hier mit der Muni So, lenkst du ihn ab oder? Und ich schlag von hinten drauf Ja Okay, ich komm mit Oder du schlägst drauf Sie haben sie halt Ich schieße mit ein bisschen drauf Nächster Äh, hier ist zu viel Potty Boah, scheiße Wo wart ihr denn? Äh, ich bin... Ich bin tot Oh Ich bin tot Pass auf den Mund aufhinter Ja So, tiefer geht's da weg Oh, geht da, 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 da Ich bin näher da Tja, hier, wo ist er denn? Drohne ist fast kaputt Drohne ist fast kaputt Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Jetzt hör auf, mir so auf die Pelle zu rücken, da kann ich ihn nicht erschießen Oh, oh Oh, oh Da rum Oh, ähm Ich bin verbrannt Okay Okay, ja Streng genommen digitalisiert, aber Ich werde da? Ja Gut Ich werde grad kein Schild Ja, ich weiß Oh, kacke, ich bin tot Äh, Sniper Ja, genau, Sniper, das war's Okay, da Ich werde grad kein Schild Ja, ich weiß Boah Boah Drohne, immer die Drohne 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 Ohne Helm Häh? Nein, ich hab' zu spät geschlagen Okay Okay Immer schwer draufhalten Ja, okay Puh Hinter uns Ne, 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 ich wollte gar nicht nahe Kampf machen, ich wollte an dir vorbeilaufen, dass du auf mich achtest Er portet sich weg und er portet sich hinter, HD Ich hab grad die Waffe gewechselt anstatt nachzuladen, das ging schneller Also, eine aufzuheben Oh man Gut, äh, ich drück mal Knopf, dann ist gleich wieder die Hölle los Ja, aber Wollen wir noch Munition aufsammeln Ach, du Sterb doch nicht viel zu oft Kontrollpunkt, guck, alles andere ist jetzt egal Oh nein, nein, ich wurde beim Sprung geglitscht Boah Du bist runtergesprungen Ich bin hängen geblieben, um nach links weg Nein, du bist runtergesprungen Ich wollte rüberspringen Ja, das hat nicht überhaupt Da war ich Hä? Wo bist du denn? Ja, Kata, du bist einfach ein brutaler Typ Wieso? Warum hab ich keinen, warum hab ich keinen Jetpack mehr? Verdammt Ähm, ja, meiner ist auch durch den Schild ersetzt worden Boah, verdammt Jetzt hab ich Jetpack wieder Als ich die Waffe gewechselt habe Oh nein Ich will nicht mehr Ja, kein Schild Ja Ha, ich bin da gesporen, wo er mich getötet hat Oh Vorsicht, Verbrennungskanone Ja Die ist ganz böse Ich schmeiß Granat nach hinten Keinen Schild haben, er hat kein Schild Ich bin tot Okay, er ist aber auch tot Hallo Wollte es dezent digitalisieren Dezent, ja So Warten Sie einen Moment Oh, jetzt wirds eckerhaft Oh, Drohnen Leute, Drohnen Ja, ja Ganz viele Sämtliche Verbindungen von diesem Turm wurden gekappt Sucht euch einer raus Geil Ich bin tot Ich bin tot Verdammt Da ist einer, die schon richtig schaden hier nochmal Ja, haben Ja Ja Ja, die haben wir Oh, was war denn das? Das war ich Die Verbrennungskanone Die Verbrennungskanone Ja Einer hat Schaden gefressen, haut ab Ja Okay, und nicht stehen bleiben, weil es gibt hier noch mehr Ja Ich muss kurz Schild aufladen So, wo ist sie? So, kommen wir da Ah, kein Junge Ja, eines hin Und die sieht auch schon so unmotiviert aus Und die sieht auch schon so unmotiviert aus Oh Gott! Gut Knopfbeauftragter Positiv Er steht am Knöpke Ne, am Knopf stehe ich Oh, er läuft hier unten bei mir rum Hm Ja, hat mich Munition Das packt Ja, so ein bisschen Munition hätte ich dann doch ganz gerne Ja Das wär schon packt, das scheißt recht Finde ich völlig überbewertet Wir schärmen ja nicht so oft Ja Ja Also Woher kommt das? Woher kommt was? Die Stimme des Didaktikers Ich registriere gar nichts, Chief Da ist ein Springer Er ist hier Versuchst weiter Tschüss Barnett bitte Wenn wir ihn nicht anschießen, lässt er uns vielleicht in Ruhe Den haben wir schon damals ignoriert Oh, er portet sich Er bleibt da rum Er portet sich ein bisschen hin Ja, okay, mache ich auch immer so Wenn du das könntest, hättest du nicht 3 Minuten Pausenzeit überzeugt Der war, der war gut Nein Vor allem nix Böse Naja, ob ich mich morde oder zu Fuß spiele Der Weg wäre fast der gleiche Büro und Toilette geht weit auseinander Und Büro und andere Dinge Oh, guck mal hier ist ein Schirm Wenn wir nicht schnellstens auch den anderen Turm ausschalten Wird das ganze für uns erheblich schwerer Ja, ich dachte auch Okay, ich bin da Ich bin rechts Ich glaube, das war wieder, wo ich letztes Mal mache Ich bin wieder links Hm, 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 hm Wo hast du ja gesagt, weißt du ja immer noch nicht, ne? Nee So viele Tasten gibt's nicht Auf der Tastatur schon? Tab Ja, sowas wie Fähigkeitstaste oder so, das sind immer dieselben Tasten Nur von jeder Fahrzeug Äh, eine andere Bedeutung Das war eh Nee, runter Da funktioniert schon wie eine dazu nicht Ah Okay Hm Oh, hier ist ganz schön viel los Also mit R und F habe ich hier zum Beispiel Aufstieg und Abstieg Es ist verrückt, ne? Aber es ist die Leertaste Ich habe alle Tasten genommen außer die Nein Vielleicht mehr nicht drüber, es ist unter Nein Wo 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 Kannst du vielleicht ein bisschen hören, wenn du bist? Okay. Das war's. zum glück ist die k.i. echt nicht schlau was willst du mit tiefer tiefer ich sehe immer dass du drüber schießt ich noch tiefer ziele ziehe ich sie ja schon eigentlich ich muss unter die zielen alles klar ja ich habe versucht hier feedback zu geben aber ein wort ist ein bisschen schwierig tiefer ach so ziel tiefer liegen siegen ja schon überfluten wir die übertragungen des turms die befehle des turms zu den schilden des didaktikers würden einfach in statik verschwinden ach jetzt schießt keiner oder was weg von der drohne die dämpfungselemente sind sehr wahrscheinlich in einem faradäischen käfig schauen wir mal ob wir die steuerung hier nicht irgendwo finden ich schiebe mir das vor auf dich ja das ist denen egal ja auch gott noch so viele Kann ich mich da bitte mal hinstellen, dann will ich kein Schüttler. So, eine Drohne ist weg. Zwei links und zwei rechts. Ja, eine ist tot. Keine Wunde zu machen. Oh, da ist eine Pistole. Alles besser jetzt. Ich weiß gar nicht. So, ich kann mich da ohne los. Das ist besser als keine Munition. Gut, dann können wir ja durchstarten. Irgendwo ist hier noch eine Drohne, aber... Zwei. Tschüss. In dem Gebilde sind alle drei Hauptdämpfer untergebracht. Wir müssen alle drei Verbindungen unterbrechen. Springer! Oh Gott. Wo? Erst rechts, erst links? Erst rechts. Dann ab zu Jakarta. Deswegen habe ich rechts gesagt. dep� warten und schon wieder so extrem hochkir. No. Aber dann... wasst wir mal so? Frau Janek, dann weg. undyboah, soll die nichts zu Knowledge machen. Zhen. Keine Wunde